Hallo Leute, ich bin Manuel und willkommen zu einer weiteren Folge von 3day Survivor. Ja Leute, ich will euch was zeigen und zwar hier ist meine Leiche. Ich bin leider gestorben und ich habe mal russische Sprache gestellt wegen diesem Tisch. Das ist eine Art Entwicklungstisch und wollte mal hier lesen, was wir halt machen können. Und ja, hier können wir zum Beispiel ein Metall legen. Okay, wir können jetzt ein Stück Metall hier legen und irgendeine Sache, was wir entwickeln wollen, beziehungsweise ja lernen oder so. Was will ich lernen? Was können wir lernen? Ich nehme mal diese Sache, also diese Fetzen und lege mal dahin. Ich weiß nicht was passiert. Nichts passiert, also wir müssen irgendeine Sache entwickeln. Also wir brauchen so ein blaues Entwicklungs, ja so eine Art Zeichnung. Aber wir werden noch etwas tun, Freunde. Ich will heute eigentlich, können wir auch diesen Tisch hier bauen. Das werde ich auch tun. Ich habe diesen Entwicklungstisch gebaut, weil ich wissen wollte, was er überhaupt bringt und so. Dann lege ich mal, doch den Metall brauche ich jetzt. Wir machen jetzt gerade den Tisch hier noch stellen und dann gehen wir Loot sammeln. Was? Achso. Okay, wartet. Das ist der falsche Eisen. Habe ich solche? Nein, leider nicht. Wir haben ein Problem, Freunde. Einen zweiten Tisch können wir nicht bauen, aber es ist egal. Wir gehen jetzt ein bisschen Loot sammeln. Es gibt halt Probleme beim Loot. Ich brauche Seile. Diese Seile möchte ich jetzt natürlich haben. Ich schau mal, wo wir die Seile hinbekommen. Wo ist das? Ja, die Zombies interessieren mich nicht, aber was ist hier? Oh ja. Wir gehen mal dahin. Komm, lauf mal. Lauf mal. Ich würde auch gerne. Also wir sind in einem Lager angekommen. Schwierigkeitsgrad Mittel. Also da sind wohl Zombies. Jede Menge, weil es nicht nur Zombies, da sind auch... Warte, 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 Freunde. Also wir haben ein Problem, wir können uns nicht heilen. Also wir haben nichts, womit wir uns heilen können. Ich... Oh. Da war gerade was größeres. Okay, jetzt haben wir etwas zum Heilen. Oh. Warte, ich schlachte mal den Zombies. Ich habe Angst von diesem Wolf. Können wir den packen? Können wir. Leute, Leute, Leute. Hast du was? Ja, Fleisch und Leder. Super. Können wir gebrauchen. Ja. Leute, Leute, was will ich haben? Habe ich alles? Ja. Können wir das essen? Ja. Also das Essen. Das hier mitnehmen. Okay, wir brauchen jetzt... Freck, 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 freck. Blöder Zombie. Stein. Wir brauchen Seile. Wir brauchen jede Menge Seilen, weil ich brauche... äh... Ein Rucksack. Es wäre echt toll, einen Rucksack zu haben. Zombieschlitzen. Yeah. Okay. Ich lasse den Hammer mal da. Und die Axt. Eisen. Aber Holz und Steine sammle ich schon mal mit, weil... Moment, hier ist das Eisen. Stein. Schade. Stein. Was hier? Hier ist nichts. Aber da ist jetzt... Auto. Samm brauchen wir auch, Freunde. Samm brauchen wir, weil wir brauchen ja Essen. Oh, hier ist... Jede Menge Loot. Hilfe. Waffe. Komm her du. Ich schlitz dich auf. Ich boxe dich nieder, Alter. Der ist leer. Wir brauchen eine Waffe. Schade. Schade, dass ich jetzt... Moment. Ja, schade, dass ich jetzt ein Messer verschwenden muss. Aber... Ich will jetzt da rein. Soll ich dich aufschlitzen? Aufgeschlitzt. Mal schauen, was wir hier haben. Feuerzeug. Was ist das hier? Ein Brief. Oh Gott, ey. Was soll ich jetzt wegwerfen? Ich trinke das mal aus. Brief hätte ich auch gerne. Ja, es ist schwer. Moment, Leute. Das Essen wir mal. Das werden wir in Heilung packen. Genau. In der Tasche. Auch wenn wir das... Hoffe ich nicht brauchen, weil das Brief, das könnte interessant werden. Gibt es da was zum klauen? Zum Looten? Ja. Jede Menge sogar. Leider kann ich nicht alles nehmen. Ich will danach... Nach Hause laufen. Oh, Seile. Fuck. Das brauche ich doch. Ja, dann muss ich leider das hier... zusammen hier lassen. Okay. Jetzt gehen wir nach Hause. Weil... Wir müssen jetzt... Das Luz... Nach Hause bringen. Okay. Das ist aber sehr interessant, was hier noch alles rumliegt. Oh. Warte. Da ist bestimmt Essen drin. Ja. Das Essen wir doch. Gekochtes Kartoffeln. Super. Ich brauche aber allerdings noch etwas. Und zwar... Und zwar... Ähm... Ich brauche einen Rucksack. Vergiss es Alter. Bist du mir... Sorry Jungs. Aber ich gehe nach Hause. Ich muss meinen Loot abgeben. Äh... Nach Hause... Transportieren, abgeben. Okay. 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 Ähm... Ich weiß nicht, ob das noch bleibt. Ob der noch bleibt oder dann verschwindet. Aber... Ich will auch nicht das Messer verschwenden. Ähm... Das ist das Problem. Ich würde gerne... Ungerne das Messer verschwenden. Also... Kann ich den Rucksack mal bauen. Ich schaue mal nach, ob ich den Rucksack bauen kann. Und zwar hier. Irgendwo. Aber wo kann ich den Rucksack bauen? Hier kann ich noch eine Kiste bauen. Das wäre auch nicht schlecht. Allerdings fehlen mir da ein paar Sachen. Wo könnte ich eigentlich den Rucksack herstellen? Ähm... Rucksack? Ich brauche einen Rucksack. Ich brauche einen Rucksack. Das Problem ist, ich habe auch in der Kiste keinen Platz mehr. Gott. Wartet. Ich muss jetzt erstmal was gucken. Ich muss jetzt gucken, wo kriege ich den Rucksack her? Ja. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt keinen Rucksack machen kann. Ich habe doch irgendwo gesehen, dass man... Ähm... Ich brauche einen Rucksack. Und hier... Also hier... Also das war hier... Das war dieser Tisch her. Und dort könnte man den Rucksack herstellen. Genau. Fuck, ich brauch davon was. Ich brauch von den Eisen was. Okay. Was ist eigentlich mit dem Brief? Können wir nichts machen? Können wir nichts machen? Warum nicht? Warte, ich will noch was gucken. Moment. Das nehmen wir mal mit. Ein Entwicklungstisch. Warte, so. Können wir nichts machen? Leute, Leute. Ich hab ein Problem. Ich brauche ein Problem. Ich hab ein Problem. Leute, weil die Pistole lasse ich hier zu Hause. Munitionen. Moment. Ich schau nach. Nein, das war nicht hier. Das ist auf dem Tisch hier. Genau, ich brauch jetzt. Genau. Und das mal. Aber ich hab keinen Platz. Okay. Ähm. Ich brauch ein Big Big. Ohne geht das nicht. Wir gehen mit vollen Taschen zwar. Aber wir müssen was nachschauen. Was können wir hier gucken. Hier. Nicht so gut. Hier können wir die Sachen bekommen. Wir brauchen diese Metallteile. Wir müssen diesen Tisch unbedingt bauen. Wir müssen diesen Tisch unbedingt bauen. Also gehen wir untersuchen diese Eisenteile. Eisenteile. Ein Stein. Okay. Ein Stein haben wir. Ich brauche aber noch diese Metallteile. Munition. Ah. Ich weiß nicht, was ich da lassen soll. Genau. Genau. Hier ist das. Bleib liegen, Alter. Ich schmeiß das Brief weg. Ja. Genau. Genau. Und den brauchen wir. Da ist noch mehr. Wie viel brauchen wir für den Tisch? Fünf. Fuck. Fünf Stück brauchen wir. Ja. Einen Stein brauchen wir nicht. Wir brauchen nur diese Teile. Also Metallteile. Ja. Der Nachbar. Also wir brauchen nur diese Eisenteile. Und ich hoffe ich kann es finden. So haben wir es. Verschfindet einfach. Was hast du vielleicht? Hast du Metallteile? Nein. Und das esse ich. Nein. Ich brauche Metallteile. Wartet. Ich brauche nur Metallteile. Also mehr brauche ich nicht. Seile. Jawohl. Seile nebenbei gesammelt. Ich brauche nur Metall. Deswegen laufe ich hier. Da liegt noch ein Metall. Drei haben wir. Wir brauchen fünf Leute. Wir brauchen fünf Metallteile. Oh. Kann jeder haben. Haben wir hier irgendwo Metall. Leider nicht so. So hier hätten wir Holz. Ja da können wir nochmal hin. Ich brauche nur noch. Eine Sache. Nur noch ein Metall. Noch ein Brief. Ich weiß nicht was das mit den Briefen auf sich hat. Aber. Ich habe jetzt schon vier Metallteile. Wenn wir Glück haben. Jawohl. Wir haben jetzt alle Metallteile gesammelt. Jetzt können wir nach Hause laufen. Können wir uns diesen Tisch bauen. Und können uns auf jeden Fall einen neuen Rucksack kraften. Da laufen wir schnell nach Hause. Schnell den Tisch machen. Komm. Kraften wir uns sehr schnell den Tisch. Genau. Jetzt ist das Problem. Wir haben Seile gesammelt. Ja. Und könnten eigentlich unseren Brunnen bauen. Aber wir pfeifen erstmal auf den Brunnen. Denn wir brauchen einen Rucksack. Und zwar ganz schön. Jetzt. Ja. Wir brauchen jetzt einen Rucksack. So. Wir haben jetzt. Hey. Wo ist mein Rucksack? Also der braucht zwei Minuten. Okay. Ähm. Ich werde aber nicht darauf warten bis er jetzt fertig ist. Sondern. Leute. Wir machen folgendes. Ich verabschiede mich von euch. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja. Like das Video. Kommentiert. Also es war wirklich heute. Ähm. Nur reines Loot. Suchen und so weiter und so fort. Also. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt. Ähm. Ja. Wir haben ein bisschen was gebaut. Wir haben jetzt ein bisschen was. Gesucht. Und auch gefunden. Jetzt haben wir auch. Ähm. Drei Tische. Ähm. Vorab. Freunde. Ich werde noch ein Haus bauen. Ähm. Ich hab doch in der Tasche das. Oder? Ja. Ich hab doch. Hier. Da sind das andere Sachen. Ähm. Wie auch immer. Also. Wir haben. Uns was gelootet. Wir haben was gebaut. Wir haben was gefunden. Vor allem. Die Waffen. Ähm. Jetzt. Kraftet sich erstmal. Ähm. Mein Rucksack. Ich werde dann noch ein bisschen looten. Ähm. Offscreen looten. Und ja. Ähm. Dann werde ich. Mal mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. und bis zum nächsten Mal. Eure Lohnwald V3. Ciao. Outro. So.